Hi Leute, herzlich willkommen bei Tupac VR und Gaming Lady Nikki. Wir stellen euch heute ein Koop-Spiel vor. Der eine im VR-Headset, der andere am Controller. Kali and the Reaper Man. Escape from the Underworld. Viel Spaß beim Gameplay. Wir hören einen Zug. Ja. Es lädt. Oh. Hier kommt ein Zug. Meine Hände. Ich habe voll gesklettern. Hi. Oh, krass. Das ist irgendwie voll klein alles. Oh, wie süß. Hier bin ich, die Kali. Hallo. Ist das putzig wie so eine kleine Puppe hier. Das ist, als ob ich ein Puppenhaus vor mir hätte. Und du hast Schnurrhaare. Wie eine kleine Katze. Hab ich das? Ich sehe mich nicht. Hallo. Hey, bist du süß. Na? Oh, sie sind so klein. Das ist sehr putzig. Die würde sich so. Ah. Cool. Ah, die ist ja voll putzig. Dann folge ich den. Leider habe ich den Look nicht von dir jetzt, aber ich habe es im VR schon mal gesehen. Also es sieht genial aus. Ich muss mich jetzt erstmal hier irgendwie richtig hinstellen. Hier leuchtet es fast. Ich gehe mal einfach hin. Ach, jetzt. Seine Geräusche. Der schickt uns ins Café Alma. Das ist hier. Okay. Boah, guck mal. Hier sind voll die kleinen Flaschen auf dem Tisch. Ja, ich kann sie nicht. Ja, jetzt sehe ich sie. Ist das süß. Die kannst du aber nicht nehmen, ne? Nee. Nee. Okay. Die kleine Bank. Ey, das ist echt wie so ein Puppenhaus hier. Aber den Würfel kannst du, glaube ich, nehmen, weil ich komme, glaube ich, nicht hier hoch. Warte, ich... Ja, den Würfel, das geht. Ich stelle den mal hier hin und jetzt kannst du da hoch. Rein mit dir. Carly braucht immer Hilfe. Irgendwohin zu kommen. Ich helfe ihr. Der Reaper-Man hilft. Genau. Ui. Oh, wow. Jetzt habe ich... Jetzt habe ich hier die. Wo bist denn du? Hi. Ach, da. Na? Guck mal, hier steht eine Kiste. X2 Open. Ui. Ah, da ist ein Spiegel drin. Ich sehe mich. Ich habe schon Ohr, aber ich sehe es. Äh, ich kann die, glaube ich... Ah, ich kann dir so ein Ding anziehen. Wie geil ist das denn? Aber die kann ich bestimmt auch wechseln, oder? Ja. Okay, wir hätten einen Hut. Okay, gut. Willst du die Brille aufbehalten? Ach, warte, warte. Ha, ha, ha. Du hast sogar den Mund auf. Bla, blub, 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 blub. Ha. Das ist cool. Immer wenn du redest, geht der Mund auch wirklich, ne? Ja. So, jetzt hast du einen Bauarbeiterhelm, oder was ist das? Ja, ne? Komm, meine Schnurrhaare, die wehen sogar. Ja. Pirat. Du bist ein Pirat, würde ich sagen. Ich bin ein Pirat. Ja. Hall, hall, hall. Hall. Und mit Niki, äh, Aufnäher oben auf, auf dem Hut. Echt? Ja. Habe ich gar nicht drauf geachtet, auf den Aufnäher. Ich komme hier nicht rüber. Guck mal, warte mal, hier oben sind so leuchtenden Dinger. Ich gebe dir mal einen Würfel, dass du da hoch kannst. Okay, ich probiere mal. Das geht noch nicht, oder? Oh, doch. Oh, oh. Ah, cool. Ja, der muss mir immer ein bisschen helfen, weil ich habe nicht die Sicht, wie du hast, ne? Hm. Okay. Ah, du hast ja schon eine Brücke gebaut. Ja, das ist cool. Warte mal, hier oben ist noch eins, guck mal. Ich baue dir mal den Würfel hier hoch und dann kannst du das noch holen. Aber ich springe bloß nicht daneben. Ich, ich, ich drehe mal kurz. Hm. Häpp. Das werde ich jetzt sicherlich hier brauchen. Oh. Das ist schon cool, dass wir so, äh, VR mit, äh, Flat kombiniert haben, ne? Ja. Guck mal, hier in dem Schaufenster, hier sind so kleine Sachen drin. Und hier noch diese Lampe, das ist total detailreich, echt. Das ist so... Kann ich auch irgendwas machen, ne? Weiß ich nicht, das ist echt süß, ne? Wow. Hier ist in irgendeinem Tunnel. Ach, da sind auch diese Dinger drin, die ich ausfammeln muss. Äh, genau 18 Stück sind in diesem Level. Das ist die Doppelkummer. Oh, rechts, bei mir in der Anzeige auf jeden Fall. 14 Stück von 18. Komma, hier ist noch eins, hier oben. Die Karne springt, so. So, noch irgendwo? Ja, hier hoch. Ah, ich würde mich abgeschmiert. Oh, das ist, das ist so hoch für dich, echt. Lass mal weiter rein, genau so. Okay, den hab ich. Zwei Stück fehlen noch. Mhm, die sind hier, die musst du, ja, ja, die, siehst du die auch, ja, ne? Ja, da muss ich mich immer den Kontrollern ein bisschen... Ah, okay, ja, jetzt sehe ich sie. Ich hab dir sogar eine Brücke gebaut. Du verschiebst sie. Warte, du verschiebst die Brücke. Überleg mal, du wärst jetzt hier runtergestürzt. So, jetzt ist es ein bisschen stabiler. Okay, wir haben 18 von 18. Hier sind so, ähm, Geräusche, ne? Und ich stehe hier in so einer, irgendwie in so einer Welt. Im Hintergrund ist eine Stadt und jetzt fliegen ab und zu mal Fische rum. Okay, Fische sehe ich jetzt nicht, aber die Stadt sehe ich. Ja. Die Geräusche höre ich. Nee, jetzt auch nicht. Gerade hab ich einen gesehen, aber gut. Dann geh mal weiter. Mein Geist ist blöd. Ich kann nicht erinnern, wer ich bin. Okay. Ein Weg zu meinen, äh, Gedanken. Lies in front of you, okay? Okay, dann helfen wir. Okay, wir müssen... Ja, wir müssen ihm helfen, äh, sich wieder zu erinnern, ne? Naja. Mal sehen, was für eine Welt wir jetzt kommen. Oh. Okay. Was ist das? Ja, hier fliegen so eine Dinger rum. Ah, wenn ich die berühre, werden die langsamer. Guck mal. Hi. Ich bin noch nicht da. Jetzt bleibe ich gerade. Oh, das ist, das ist schon schwieriger. Also, du musst auf alle Fälle hier hoch. Hier steht dir noch so eine Figur, so eine Dunkel. Okay, 16, 16 Stück. Oh, hier ist so ein leuchtender Vogel. Siehst du den auch? Ja. I didn't really have any toys, so the city became our playground. Okay. Also... Wir haben keine Spielsachen hier. Du musst hier rüber auf alle Fälle. Aber hol dir erstmal die Dinger, ne? Ja, das sind zwei von denen, ne? Ja, bevor ich... Aber da stehen immer die Teile da. Also, ich kann das langsamer machen, genau. Okay. Und jetzt würde ich dir den Block hinstellen und kommst du da hoch. Ja. Und jetzt sind da noch drei von den Dingern so, okay. Da oben ist noch was. Ah, du hast es entriegelt, oder? Weil da war irgendwie so ein Schloss. Ah, da waren so Fußabdrücke drauf. Mhm. Okay. Hier ist Abgrund, wo die drei Dinger sind. Ja, warte. Geh mal weg. Ich leg das mal hier hin. Oh, das fällt sogar runter. Guck mal, das... Ich hab's gesehen. Warte mal. Das ist gar noch aufgefangen, ne? Warte mal, dann... Ich, dass du hier noch runterfällst. Aber ich muss das ja bis hier vorkommen. Ist dann da direkt der Abgrund, oder ist da noch irgendwas? Ne, da ist ein Abgrund. Warte mal. Das scheint ja auch Physik zu haben, ne? Nicht da hochgehen. Warte, ich mach mal den Block hier noch hin hier hinten. Okay. Jetzt guck mal. Achso, du willst das beschweren, das Ganze? Ja, dass du da hingehen kannst. Ich weiß nicht, ob sie da runterstößt. Ich probier, ich probier, ich probier, ich probier. Das hat... Okay, zehn von 16 haben wir gesammelt. Zehn von 16. Guck mal, da oben ist noch so ein Vogel. Hast du den schon angesprochen? Ne. Ich guck mal, ob der das gleiche sagt wie der andere. Ne. We stole from the markets while everyone were praying. Okay. Ja, hier sind die anderen Teile. Hier oben ist eins und hier sind noch zwei. Wie viel musst du jetzt noch sammeln? Sechs Stück. Sechs Stück? Ich seh gar keine sechs. Ich seh... Also, ich seh vor mir jetzt was? Zwei Stück? Kann ich da runterspringen oder ist da ein Ende? Hä, wo siehst denn du die? Hier, oder? Ja, vor mir quasi. Drei Stück sogar. Ja, drei seh ich. Ja. Ne, da ist Abgrund und hier ist ein Würfel, aber den kann ich nicht nehmen. Ich muss ja jetzt sicherlich was bauen. Warte mal, ich versuch mal hier. Oh, der... Das ist runtergeflogen. Der Fisch hat... Das ist neu? Okay, das war neu. Das ist gut. Das ist neu. Da musst du den wieder mit einem Würfel vielleicht beschweren? Ach, die schieben das weg. Also, müsste er auf Zeit richtig... Ja, aber guck mal an. Das muss nicht getan sein, ne? Jetzt, 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 jetzt. Okay, ich versuche, wenn du jetzt gleich... Ja. Oh, Mann, jetzt heißt es gegriffen, warte. Ja, gesperrt. Oh, nee. Jetzt sind hier alle Dinger wieder neu da. Guck mal. Die Teile zum Einsammeln. Hi. Ist egal. Warte mal, dann kann ich auch diese Brücke hier ein bisschen anders bauen. Ja, Fist. Das hilft uns, jetzt, komm, hoch mit dir da. Die Fistbomb hilft immer. Okay, jetzt muss ich wieder hier. Na dann, komm her. Warte. Fistbomb! Vorsichtig, das ist ziemlich dicht an der Kante dran. Ah ja, du hast es. Gut. Hä, was ist denn jetzt hier passiert? Das hat angefangen zu leuchten, als du da drüber bist. Äh, Checkpoint bestimmt, ne? Ach so. Vielleicht. Fistbomb! Da, geh mal ne Fistbomb drauf. So, jetzt versuchen wir nochmal. Ach so, hier steht Touch the Animas and see what happened. Ja, hast du ja gemacht, die werden langsamer. Ja. Aber wie soll ich denn das timen, dass ich die hier so langsam, dann müsste ich so hier machen. Das Problem ist, ich sehe auch nicht, auf welcher Höhe die sind. Sind die alle unten oder? So, du darfst rüber! Nicht jetzt, nicht jetzt, warte! Nee, nee, nee! Jetzt? Geh rüber, geh rüber! Den oben haben wir jetzt nicht. Den oben haben wir jetzt nicht. 12 von 16. Ja, aber... Ja, weil ich sehe jetzt hier bloß den einen, aber ich sehe gar keine anderen mehr. Ich gucke jetzt mal mich hier um, ob ich noch irgendwas entdecke. Da steht auch noch eine Nachricht. Ist egal, Hauptsache du bist da drüben. Ach so, always celebrate your accomplishments. Press right bumper to fistbomb. Ach so. Ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt wieder sterben, gehen wir hier rein, ne? Ja, dann los, rein mit dir. Hui! Aber das ist alles so klein, das ist voll süß. Ja. Das ist wie, als ob du dir so ein wirkliches Puppenhaus anguckst, ne? Ja, das ist so putzig, boah. Oh, hier kommt eine Kugel runtergerollt. Warte mal kurz. Mir wird die ganze Karte gerade angezeigt. Hier sind irgendwie so eine Blöcke. Wenn ich drüber gucke, sehen die aus wie Gitternetz. Und da sind so Gesichter oben, die ab und zu mal aufleuchten. Gut. Oh, die landet ja direkt vor mir quasi, diese Kugel. Also wenn die Kugel gelandet ist, rennst du hier runter und gehst hier hin und holst dir das Ding, okay? Okay. Wartet bei der nächsten. Warte mal noch mal, ja. Ich renne hinterher, ne? Ne, hier hin, jetzt hier hin. Das bleibt erstmal hier. Und dann, wenn du genau hier hin, hier sind so eine, siehst du diese leuchtenden Dinger, die du einsammeln kannst? Die sind für mich in der Luft, ne? Siehst du da irgendwas? Ja, hier sind die Blöcke, die ich gerade beschrieben habe. Okay. Ja, für mich ist da gar nichts. Oh, okay. Siehst du den Vogel hier hinten sitzen? Den Vogel sehe ich, ja. Dann geh einfach ganz gerade hier rüber bis zu dem Vogel. Weil hier sind vier Blöcke. Vier Blöcke sind hier ganz gerade gehen. Also sind diese Blöcke mit diesem Gitternetz da unsichtbar für dich? Für dich sind die sichtbar, für mich sind die unsichtbar. Jetzt geh mal hier hin und sobald die Kugel vorbei ist. Ey, wo muss ich? Warte mal, nee, nee. Oh. Nee, warte kurz. Kannst du denn hier, wenn der Kugel hinterherlaufen und dann hier erstmal rüberspringen? Ja, 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 das habe ich bestimmt. Okay. Wenn jetzt kommt, dann glaube ich. Lauf, Kali. Die Musik. So, jetzt haben wir 11 von 14, also drei fehlen uns noch. Ja, die ist hier. Ja, hier, hier, aber die Kugel ist doch hier voll im Weg, ne? Die Kugel ist unerbittlicher. Das heißt, du musst mir irgendwas bauen. Ich baue dir hier jetzt was hin, aber du gehst dann noch nicht. Ja, 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 ne, ne. Jetzt. Nein! Oh! Das war mega knapp. Willst du das Teil probieren zu holen? Ich würde mir das gerne holen, ja. Aber wie machen wir das? Warte mal kurz. Ich sehe nicht, auf welcher Höhe das genau ist. Oh, das kommt bis hier runter. Das, warte, nee, 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 nicht. Oh. Die Kugel schien gerade verschwommen, oder? Nee, das war die Kugel. Ach so, durch das, äh, ja. Rumpeln. Okay, ich versuche es gleich, warte. Jetzt. Das kommt runter jetzt. Zurück, zurück. Lauf, lauf, lauf. Okay, es fehlen noch zwei. Die sind hier drüben. Dann würde ich dir jetzt hier nicht... Da muss ich hinspringen, wenn überhaupt. Oh ja, okay. Oder, ja. Ist einfacher. Den kriege ich nicht, da muss mir irgendwas... Doch. Da ist noch ein Vogel. Ah, okay. Den spreche ich mal an. Puxi and I loved Litchies, but never had any money. Die sprechen so ein bisschen in Rätseln, ne? Ja. Das ganze Spiel. Hier ist der Tod mit Engelsflügeln. Was ist der Tod? Oder? Weiß ich nicht. Sieht auf jeden Fall aus wie der Tod. Naja, dann. Aber geh mal rein hier. Hui. Oh, wir haben die Fissbomb vergessen. Oh, dann machen wir sie jetzt. Carly and the Fissbomb. The Fissbomb Man.